hallo leute ja wir sind wieder im morloheim und da unten ist unser lager in der richtung da müssen wir hin und müssen das befreien aber wir sind jetzt hier im regen ich habe schon mal nahrung zu mir genommen wir sind gleich voll und dann gehen wir los logo und dann noch ein roßbildschirm so dann wollen wir mal schauen so was das hier und das ist eine ruft oder grabstätte oder wie hieß das und dahinten da steht doch einer oder ok lassen wir gerade hier erst die grabstätte machen so nun haben wir die und dann ist dahinten einer müssen vielleicht feiner bogen nehmen und locken immer hierher ok jetzt muss man gehen vielleicht in den turm er kommt auf jeden fall komm wir gehen in den turm mal gucken ob wir da überlebenschancen haben da kann der ja nicht rein der kloppt uns über den turm kaputt das wissen wir ja schon das haben wir schon mal erlebt oder das war vorhaben funktioniert war noch er kann uns nicht kriegen aber wir kriegen ihn da können wir noch weiter hoch her können wir noch weiter hoch her ja ist er ist er abgehauen dann ist er Ah shit, was kriege ich denn jetzt, also hier geht es nicht. Da ist er jetzt. Ok. Ok. Hm, komm wieder zurück, ich kann nur hier schießen. Hey, hier bleiben. Jetzt haben wir ihn, stirbt er? Na, er ist schon gestorben. Den haben wir. Ist da noch einer? Das hört sich gerade so an. Das ist keiner, oder? Aber wir müssen das Trollleder haben, da ist er gestorben. Da ist er gestorben, hier. Trollleder. Schmeißen wir weg die Augen. Jetzt haben wir Münzen aufgenommen, das kann auch weg. Jetzt haben wir das Trollleder. Fünfmal Trollleder, das ist schon mal nicht schlecht. So. Das war einer und wir sind jetzt wieder hier. Welchen? Nein, oder? Nein. Ist da unten noch ein Troll? Ich sehe auf jeden Fall gerade keinen. Wie weit ist mit Energie? Gut. Essen. Wollen sie mal nochmal hier Dingens nehmen. Dass wir wieder voll sind. Komm und Pilze auch. 30 Minuten bei Dingens ist schon okay. Ich dachte, da war einer, aber es ist keiner, oder? Es ist an zu frieren. Okay, wenn der Boden webt, dann kommen die zu mir, glaube ich. Kann das sein? Da ist er schon. Dann mal schnell hier wieder rein. Und das gleiche Prinzip wie eben auch. Hier kommt er nicht rein, habe ich gerade gesagt. Von dem ist wohl nicht so, ne? Komm ich da jetzt hoch? Es ist so dunkel hier. Vielleicht eine Fackel anmachen, dann sehe ich ihn. Wo ist der denn? Okay, ich bin jetzt nicht ganz oben, aber jetzt sofort. Wo ist der Troll hier unten? Okay. So, jetzt Licht an, äh, aus. Ich sehe ihn nicht. Ist er weggelaufen? Ich sehe leider nichts mehr. Schade. Ich glaube, der ist abgehauen. Da ist auch ein Gemäuer, ne? Hört es jetzt auf zu regnen mindestens. Ja. Aha. Hier muss man irgendwo anders sein. Woher mögen die an die, ne? Wir mögen das. Na komm schon. Da haben wir den schon mal erledigt. Wackeln mal weg. Komm mal hier. Wo ist der Troll? So ruhig, ne? Wenn es nicht regnet. Puh. Steht er da? Der steht da, oder? Oder? Vertue ich mich? Nein, ich vertue mich. Es ist dunkel. Haaa. Elf Minuten, elf Minuten, acht Minuten. Der Boden zittert. Das heißt, dann kommen die immer, wenn der Boden zittert, oder? Die Erschütterung wird schwächer. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon. Gut. Diesmal müssen wir das besser organisiert kriegen. Fackel an. Was finde ich denn jetzt hier? Oh, da war schon die Keule zu sehen. Komm schneller hoch. Jetzt die Frage, wo er ist. Wo kriege ich das jetzt hin? Ohne runterzufahren. Wo ist er? Da ist er. Shit. Gut. Jetzt dinheiro ichxo anbo. Er ist Geld. Kannst 3 zwei Sachen. Verpasst dir Ab 21. Das kann jetzt viel drüber sein, Non件 super, dass dèsrede ich sein. Was Directorああ? كل ungefähr? Das kann ich Uh İstem gar nicht tun. Ich kann natürlich für wase raus da auch ein bisschen hoch. Ist er weg? Erschossen werden wir irgendwo nicht haben, aber er kommt auch nicht wieder, oder? Komisch. Auf jeden Fall ist das Rote alles weg. Mal schauen ob er zur Basis kommen kann, ohne irgendwie kaputt zu gehen. Eigentlich ist er hier lang weggegangen, oder? Ich sehe hier nichts, dass hier was durch da unten liegt, oder? Der ist hier aber nicht kaputt gegangen, oder? Wo ist der Turm jetzt? Der Turm ist da lang. Oder auch nicht. Hier rechts muss der Turm sein, oder? Hier liegt so viel, aber das ist nicht der Troll, der hier kaputt gegangen ist, oder? Ich habe doch gerade auch noch einen gehört, oder? Gut, das heißt wir gehen zur Basis. Jetzt geht es natürlich Tag, ne? Das ist schon mal gut. Ich höre da noch einen. Ein Grotzberg, oder? Läuft der jetzt hier unten rum, der Troll? Tag 107. Tja, wo der ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wird es wieder hell. Das ist wichtig. Ich denke wir machen hier erst einen Cut. Wir machen eine Pause, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Aborab macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit welches nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben, und auch gerne das Video auf anderen Kanäle teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!